Das hier, das ist Sonus Network. Und das sind die Themen. Stalkern ist es bei Jupiter gelungen, als Hologam zu fangen. Die Monolithen haben schon wieder eine kleine Gruppe angegriffen. Ein Film veröffentlicht die Geschichte von Stralok. Und das Wetter, sehr wechselhaft. Und hier ist ihr Moderator, der Stalker Ghost. Herzlich Willkommen zu Sonus Network. Zu Beginn der Sendung ein Beitrag von unserem Reporter Guru. Grüß dich und mehrere Stalker in der Zementfabrik vom Jupitergebiet von einem Pseudo-Giganten überrascht. Hier ein Amateurvideo eines Stalkers. Der unerbitterliche Kampf forderte die Hälfte der Gruppe. Den verbliebenen Stalkern ist es jedoch gelungen, dem Pseudo-Giganten so zu locken, dass dieser in einem Wartungsschacht gefallen ist. Dessen Öffnung haben sie dann sofort mit einem Gitter versiegelt, wo Mutige die Mutante momentan begutachten können. Dies dürfte für die meisten wohl die einzige Chance sein, ein derartiges Wesen zu sehen, ohne dabei zu sterben. Dennoch sollte man sich beeilen. Denn die Vertreter der Wächter und der Freiheiten der Rianov-Station haben beschlossen, das gottlose Mistvieh, wie es andere der beiden nannte, so schnell wie möglich abzuschießen, um einem Ausbruch vorzubeugen. Was mit dem Leichnam geschehen soll, ist noch ungewiss. Laut Aussage eines der Überlebenden soll es schon mal in den Hallen zu einem Zusammentreffen mit einem hochgefährlichen Mutanten gekommen sein. Die Stalker konnten sich aber noch rechtzeitig retten. Ob das Objekt durch den Vorfall erstmal von Lornan gemieden wird, ist unklar. Es ist aber zu befürchten, dass sich dort durch die optimale Lage durchaus auch Banditen sesshaft machen könnten. Durch den gefürchteten Gravitationsschimmel wurden gestern Mittag in Jante an die 20 Snorks den Erdboden leicht gemacht. Sacharow meinte allerdings, dass es auf die Angst der Mutanten vor etwas Größerem ausgelöst werden musste. Zum Beispiel einen Pseudogiganten. Das wäre der erste seit 5 Monaten, der sich in dieses Gebiet vorwagen würde. Eine 5er-Gruppe neutrale Stalker ist am Donnerstag von Monolithen überrascht worden. Sie hatten es sich gerade in einem verlassenen Betrieb gemütlich gemacht, als es allen Richtungen auf ihnen das Feuer öffnet wurde. Nach einem harten Gefecht jedoch konnten sie sich jedoch fast alle unverletzt retten. Jedoch ein Stalker verlor an dem Ort sein Leben. Hier eine kurze Schilderung von einem der Überlebenden. Sie haben die Kugeln weggesteckt wie nichts und ständig etwas in einem Wunschgönner gerufen. Das wäre ich zum Fürsten. Wieso die Monolithen in letzter Zeit vermehrt so weit abseits des Kraftwerks auftauchen, bleibt ungelöst. Bis jetzt gab es auch noch keinen Monolithen, der darüber eine Aussage gemacht hat. So und jetzt zu etwas Erfreulichem. Zum ersten Mal hat sich eine ausserzoonische Firma mit dem Thema Stalker auseinandergesetzt. In der noch unbekannten Filmspiele Sonderproduktion ist es gelungen, die sagengewogen der Geschichte des Stalkers Strelok in dem Film Catch me if we can't in the Strelok Story auf die Leinwand der Kinos zu bringen. Seit ungefähr einem Monat läuft der Trailer in den Kinos. Die Uraufführung ist nächsten Montag im Lichtspielepalast in Kiew geplant. Aber genug der Worte. Hier der Trailer. Es haben schon viele versucht ihn zu finden, doch bisher hat es noch keiner geschafft. Wir werden uns nicht zur Strahlung finden und wenn es das letzte ist, das ich nur. Träum weiter. Ich habe ihn gesehen! Gefgen, dein Stalker kommt direkt auf uns zu! Sie hatten keine Ahnung. Du bist tot, Arschloch! Er wollte ins Herz der Zone und keiner konnte ihn aufhalten. Aua! Was zum Döfü? Bleib stehen! Warum steht auch ein PDA? Ich soll streben am Türen! Irgendwas stimmt hier nicht! Wow! Die Retour lag in der Hand eines einzelnen Mannes. Offiziell wird der Film innerhalb der Zone wohl nicht gezeigt, da einfach die nötigen Spielhäuser finden. Doch es ist zu erwarten, dass der Film schon seinen Weg zu den Zuschauern findet. So, und nach der Wirbelpause kommen wir dann zum Wetter. Die Zone ist ein hartes Pflaster. Viele ließen dort ihr Leben. Sie unterschätzen die Mutanten und die Fraktion. Aber sie alle hatten nicht die... Die AKS 74 haben Kaliber 545x937mm. Sie geht nicht kaputt, hat keine Ladehemmung und überhitzt nicht. In deinem Magazin bis zu 60 Schuss, in einer Karte ist bis 600 Schuss pro Minute, können sie den Gegner in einem Gebieter aus Blei verschwinden lassen. Das Gewehr wiegt nur 3,3 Kilogramm und ist durch die einklarbare Schulterstütze bestens für die Häuserkraft geeignet und bietet sogar noch die Möglichkeit zum Anbau von Granatwerfern und Visierungen. Jetzt eine neue Decke bei den Wächtern kaufen. Und gegen Aufpreis auch mit passendem Bayonett. Lieber sofort das Emissionswarngerät der neuesten Generation kaufen, damit es keine tödlichen Überraschungen gibt. Erhältlich in jedem Wissenschaftlerbunker. Mmisch. Das war's für heute. Es reicht, Schluss mit diesem Katzenjammer. Genießen Sie die gemütlichen Lagerfeuerabende und laden Sie Sidorowiczs Gitarrenlieder für die Zone runter. Natürlich mit den bekannten Liedern wie Das Lagerfeuerlieder, Erfahein Kuttersnager, Der Blutsauger oder Prämian auf Prämian. Jetzt Sidorowiczs Gitarrenlieder für die Zone für nur 999 Ruhm sichern. Nur für kurze Zeit. Das Wetter. Es scheint ab und zu die Sonne, sonst ist es bewölkt oder dichter Nebel zieht auf. Höchsttemperatur ein bisschen Grad Celsius, nachts knapp über dem Gefrierpunkt. Dies gilt nicht für den Bereich nördlich von Janow. Dort hat sich eine Brenneranomalie enormen Ausmaßes gebildet. Wir schalten jetzt zu unserem Außenreporter Bastilev, welcher sich zum Ort des Geschehens begeben hat. Bastilev, wie macht sich denn die Anomalie bemerkbar? Es ist verdammt heiß hier. Bemerkenswert. So, damit endet die heutige Ausstrahlung. Abonniert diesen Kanal und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, abonnier uns doch einfach über den Abonnieren-Knopf. Dann bis zum nächsten Mal. Und kleiner Tipp an alle Stalker da draußen. Traut keinem Maskierten in der Bar. Ich bin Ghost. Kamera, Action, Ton, Action. So. Dann tun wir mal sowas. Ja, du Chef. Zu Beginn der Sendung ein Beitrag von unserem Aufreporter. Sie hatten es sich gerade in einem verlassenen Gebiet. Durch den gefürchteten Gravitationsschimmel wurden gestern Mittag in Yanta an die 20 Schnorchs dem Boettbrunnen bei... Fuck. Ist es gelungen, die sagen umbrummende Geschichte des... ...Stra... ...Puck. Fuck. Das habe ich schon wieder. So weitern. ... Ist es gelungen, die sagen umbrummende Geschichte des Orcas Strelert auf die Leinwand zu bringen? ähm, mit dem Film oh, fuck wieso die Monolithen in letzter Zeit so die Leinwart der Kinos zu bringen ähm, der Film Catch Me If You Can, The Strelok Story ähm die Uhr die Uraufführung ist in den nächsten Morgen der Trailer des Films Catch Me If You Can, The Strelok Story läuft schon seit einem ich kann das einfach nicht das Wetter es scheint ab dass der Film schon seinen Weg findet so, nach der Werbepause kommen wir dann zum Wetter